Wer die Schnauze voll hat von seinem originalen Werksradio im Golf 6, kein Apple CarPlay zu haben, kein Bluetooth Audio und Streamen zu können, der ist doch jetzt herzlich willkommen hier in diesem Video zuzusehen, wie man so ein schickes neues Alpine Doppel-Din Autoradio installiert. Willkommen in Teil 2, in Teil 1 haben wir bereits gezeigt, wie man dieses Fahrzeug DAB-tauglich macht, ohne eine neue Antenne aufs Dach zu montieren oder an die Windschutzscheibe, sondern die originale UKW-Antenne modifiziert in DAB Plus und jetzt richtig geilen Sound ins Auto reinbringt mit allen aktuellen Medien. Viel Spaß bei ARS24 auf diesem YouTube-Kanal. Hier auf dem Tisch haben wir jetzt unser neues Autoradio im Doppel-Din-Format mit großem Display, den ILX705D. Das ist jetzt ein Gerät, da ist der Bildschirm nur so groß, aber die hintere Einheit ist so groß wie ein normales Ein-Din-Gerät, also die Hälfte. Und in dem Fall ist es jetzt unten montiert vom Bildschirm. Das gleiche Gerät gibt es als DM-Version, da ist es dann oben montiert, passt dann in den ein oder anderen Wagen rein, nicht beim Golf 6, beim Golf 6 ist es jetzt perfekt, wenn es unten montiert ist. Das war nur ein kurzer Hinweis, dass das Gerät auch in einer anderen Version erhältlich ist für andere Fahrzeuge, wo das notwendig ist, dass der Schacht praktisch nur zur Hälfte gefüllt wird, oben oder unten. Jetzt haben wir hier einen ganzen Haufen Equipment mit dabei, unter anderem haben wir jetzt hier lag vor kurzem noch ein Antennensplitter für den Golf 6, den haben wir bereits in Video 1 verbaut, also konzentrieren wir uns darauf, was denn jetzt alles dabei liegt beim Autoradio. Wir haben als erstes mal eine GPS-Antenne, die zum Anstecken ist, auch im Fahrzeug ganz leicht zu installieren ist, damit Apple CarPlay bei der Navigation richtig gut funktioniert, das betrifft natürlich auch Android Auto. Bei Apple CarPlay hier, das ist sogar schnurlos möglich, das heißt ihr braucht gar kein Kabel mehr anstecken, ihr steigt ins Auto rein und Apple CarPlay läuft hier direkt auf dem Bildschirm los. Wir haben ein Cinch-Kabel, das ist dieser Cinch-Adapter, wo ihr mal, wenn ihr eine Armada von Endstufen und Verstärker mit einbauen möchtet, könnt ihr hier Front, Rear und Subwoofer separat ansteuern, wenn ihr das nicht möchtet und nicht braucht, kann man so ein Kabel eben erst gar nicht anstecken und es braucht auch kein Platz hinter dem Autoradio im Einbauschacht drin. Das zweite hier, das zweite Kabelstück, da ist dann dabei erstens mal der Mikrofonanschluss und auch Steering Wheel Remote Control Anschluss, da kommen wir gleich nochmal mit dazu, also den werdet ihr auf jeden Fall brauchen, weil es liegt auch ein Mikrofon mit dabei, das wird installiert, weil wir brauchen erstens mal für unsere Bluetooth-Freisprechanlage ein Mikrofon und natürlich auch für die Sprachsteuerung über Apple CarPlay oder Android Auto und wir haben einen Anschluss mit dabei, der würde jetzt eine Rückfahrkamera mit adaptieren, wer das im Fahrzeug drin hat, da kann ich euch eigentlich auch gleich weitere Artikel dazu nennen, wobei, wenn ich schon dabei bin, die sind alle unten im Videobeschreibungstext mit verlinkt, diese Artikel, da findet ihr alles. Wir haben hier den Kameraanschluss für Rear-Kamera und das könnte man jetzt hier adaptieren auf einen ganz normalen Chinch-Video-Eingang, weil grundsätzlich ist von diesem Stecker, gibt es eine Rückfahrkamera von Alpine direkt, die kann man anstecken, aber für alle, die eine Werkskamera im Golf 6 schon drin haben, die brauchen praktisch diese Kombination, hier erstmal drauf auf einen Chinch-Video-Eingang und jetzt gibt es zwei verschiedene Sachen, passt auf Leute, es gibt den RGB 13 Low, das ist ein Adapter, um das originale Kabel von der Rückfahrkamera im Radioschacht auf genau diesen Stecker, den wir gerade eben hatten, anzustecken, um das Bild freizugeben, damit der dann das Signal von der Rückfahrkamera mit drauf macht. Der Low, also der RGB 13 Low ist der für Rückfahrkameras werksmäßig, die keine Kameraführungslinien drin haben, die beweglich sind. Es gibt den RGB 13 High, heißt der dann, so heißt auch eure Kamera im Werksradio drin, also die macht dann die beweglichen Linien, wenn ihr das Lenkrad einschlagt, dann werden diese Linien krumm und zeigen euch an, wo genau ihr hinfahrt, dann bräuchtet ihr diesen anderen Adapter, also je nachdem, was ihr für eine Kamera im Fahrzeug drin habt, braucht ihr das entsprechende Interface dazu, aber dann könnt ihr die Werkskamera direkt über das neue Autoradio komplett mitbedienen und es funktioniert alles einwandfrei. Dann haben wir einen Canbus Adapter, also das gerade eben war ja nur die Ergänzung, falls ihr eine Werkskamera überhaupt drin habt, wenn ihr die nicht habt, braucht ihr das alles gar nicht beachten. Ansonsten müsst ihr jetzt nur noch schauen, wie das Alpine Radio jetzt Strom bekommt und zwar haben wir hier noch unseren Hauptanschlussstecker von Alpine, den man hier hinten einfach mal mit ansteckt und jetzt haben wir eine Adaption mit drauf, einmal für den Lautsprecheranschluss, also damit eure Lautsprecher im Fahrzeug funktionieren und das Stromanschluss. Ihr könnt nicht einfach den Anschluss hier mit ins Auto rein tun, sondern ihr braucht dieses Canbus Interface, das dafür zuständig ist, dass die Adaption vom Stecker hier erst einmal passt und zweitens die Zündung generiert wird über dieses Canbus Interface, das hier mit angesteckt wird, damit ihr, wenn ihr die Zündung anmacht, das Autoradio automatisch mit angeht und auch wieder ausgeht beim Schlüssel abziehen. Wir haben hier auch noch Sonderfunktionen mit dabei, wir haben die Parking Brake haben wir mit dabei, wir haben den Speed Puls und auch das Reverse Signal, das heißt, wenn euer Rückwärtsgang eingelegt wird beim Rückwärtsfahren und die Kamera rausgeht und auf Betrieb geht, dass das Bild hier umgeschalten wird. Auch das haben wir hier auf unserem Canbus Anschluss mit drauf. Wenn ihr ein Fahrzeug habt, das dann die Lenkradtasten hat, für laut, leise und für vor und zurück, gibt es den Canbus Adapter, der noch zusätzlich ein Kabel hat, das eben dann an diesem Steering Wheel Remote Anschluss am Autoradio mit angeschlossen wird, dann funktioniert auch eure Lenkradfernbedienung und wenn ihr ein Fahrzeug habt, wo ihr mit Sitzheizung, mit Klimaanlage arbeitet und im Display sichtbar ist, dass ihr da was verändert und ihr möchtet es unbedingt auch haben, dass das in diesem Autoradio wieder mit angezeigt wird, dann braucht ihr das Info Interface. Das funktioniert praktisch so ähnlich wie das, ist aber ein Teil mehr, das noch mit angesteckt wird. Alles nicht die Welt, ist eine Kostenfrage, wer das unbedingt haben möchte, der braucht dann das Info Interface. Ansonsten langen dann euch entweder ein normaler Canbus Adapter, der sich nur um die Stromzufuhr ändert oder eben erweitert für Fahrzeuge mit Lenkradfernbedienung. Abschließend zu dem, was hier liegt, haben wir noch zwei Radioblenden, damit das Autoradio nachher auch gut ausschaut, wenn es im Fahrzeug drin ist. Dazu brauchen wir entsprechende Blenden und dafür haben wir jetzt einmal die Blende in Hochglanz schwarz oder in Mattschwarz mit Rubber Touch. Dann schaut das Ganze so aus und kann im Fahrzeug eingefügt werden, damit es einfach eine Harmonie im Fahrzeug hat und natürlich sind solche Metallblenden mit dabei, um die richtige Position für das Autoradio zu finden. Fangen wir an mit der Verkabelung. Einmal Mikrofon, guter Platz hier direkt vorne drinnen, das heißt, wir können jetzt mal das Ganze aufmachen und schauen, wie wir da hinten dran kommen und zwar mit einem Remover Tool. Können wir hier unten reinfahren, das sind nur wieder so Clips, die werden entriegelt, schaut mal, ganz leicht geht das und dann können wir das hier runter lupfen und jetzt sehen wir schon durch, zwischen Radioschacht und hier vorne können wir problemlos das Kabel für das Mikrofon durchlegen. Ja, ja, easy, schau mal da her, da kann ich durchleihen. Das Mikrofonkabel habe ich jetzt schon mal jetzt ein bisschen zusammen isoliert oder zusammen gebunden und weggepackt, können wir ganz problemlos da hinten reinlegen. Jetzt kommen wir zur GPS-Antenne und die GPS-Antenne können wir tatsächlich auf dem Gehäuse vom Autoradio ganz problemlos mit aufkleben und das Ganze hier nur noch vorbereiten, dass das jetzt praktisch hier soweit für den Einbau nachher zuständig ist. Hier hinten drin haben wir unseren Hauptstromanschluss, wo die Bordlautsprecher und auch die Stromversorgung für das Radio mit drauf ist und dafür haben wir ja jetzt unseren CAN-Bus-Anschluss, der das hier adaptiert auf unseren ISO-Anschluss für unser neues Autoradio. Der CAN-Bus ist bereits hier jetzt mit installiert, jetzt brauchen wir nur noch die Kabel dementsprechend ebenfalls wieder drauf adaptieren für Strom und für die Lautsprecher und jetzt schauen wir uns das Ganze mal nochmal an. Am Hauptanschluss vom Autoradio finden wir ein blau-weißes Kabel, das heißt Remote eigentlich und das verbinden wir jetzt erstmal noch mit der Antenne, was wir hier mit eingebaut haben, der gibt jetzt den Strom an diese Elektronik weiter, damit die funktioniert. Jetzt haben wir noch ein Parking-Brake, das gibt hier am CAN-Bus-Ausgang gibt es ein Kabel, ein grünes, das heißt auch Parking-Brake. Das heißt, wir können die zwei hier zusammenschließen, das bewirkt, dass mein Autoradio manche Funktionen nur freigibt, wenn ich im Stand bin. Dann würde ich meine Handbremse ziehen und dann könnte ich erst die letzten Funktionen machen, wer sagt, ja das reicht mir aus, dann kann der das so verbinden, wer sagt, ich möchte während der Fahrt mein Radio voll und ganz bedienen, egal was ich bedienen möchte, der kann auch dieses Kabel direkt auf Masse legen und die zwei miteinander verbinden, dann ist das Autoradio immer frei für alles. Und jetzt haben wir noch unser orange-weißes Kabel von Alpine, das ist unser Reverse-Kabel, das orange-weißene Kabel habe ich jetzt mit einem weiteren Pin hier gerade gequetscht und das können wir anschließen an dem Anschluss Reverse, weil das ist nämlich unser Signal vom Fahrzeug, von unserem CAN-Bus-Adapter, der ausgibt, jetzt Rückwärtsgang drinne und das Autoradio schaltet den Bildschirm auf die Rückfahrkamera. Jetzt müssen wir nur noch das dicke gelbe Kabel miteinander verbinden, das ist die Hauptstromversorgung, also Dauerplus und wir haben das rote Kabel, das hier durch verbunden werden muss, das ist die Zündung. So, und jetzt haben wir im Prinzip schon alle Kabel dran, die wir für das Autoradio zum Betrieb brauchen. Wireless CarPlay ist ja ein Feature von dem Autoradio, das ist ja wirklich absolut hervorkehrt, also für alle iPhone-User. Wie wichtig ist es für euch, dass es wirklich schnurlos verbunden wird, weil wenn ihr Apple CarPlay nutzt, dann ist euer Akkuverbrauch auch höher und wenn ihr noch zusätzlich Navigation laufen lasst, dann ist der noch höher, also wenn ihr lange Strecken fahrt, dann würde ich sagen, dann müsst ihr sowieso wieder einen von den beiden USB-Anschlüssen vom Autoradio nutzen, um euer Gerät wieder zu laden, also um das iPhone zu laden, also an der Stelle würde mich jetzt echt mal bei euch interessieren, schmeißt es doch bitte in die Kommentare rein, was ist mit Apple CarPlay Wireless wichtig, für den Arsch, keine Ahnung, schreibt es einfach mal rein. Die GPS-Antenne, habe ich kurz schon erwähnt, die können wir eigentlich direkt hier auf das Gehäuse draufkleben, weil das ist erstens mal Metall zum draufkleben, optimal. Und nach oben kommt auch kein Metall mehr, das heißt also problemlos können wir hier die Antenne mit drauf montieren und können das Kabel jetzt auch da hinten reinstecken und die Antenne gleich mal anstecken. Und jetzt können wir auch, ich habe die Kabel übrigens hier jetzt alle ein bisschen zusammengebunden und habe einen schönen Kabelbaum, das können wir jetzt zusammenstecken. Wir haben unsere DAB-Antenne, die wir jetzt anstecken können. Unsere UKW-Antenne, die kommt jetzt hier drauf und unser Mikrofon über den weiteren Anschlussstecker, der hier einfach unten mit angesteckt wird und da können wir dann auch unser Mikrofon mit anstecken. fehlen, tun jetzt noch die zwei USB-Anschlüsse, die mit dem Autoradio direkt verbunden sind. Und da habt ihr jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ins Handschuhfach rein, da kann man sogar durchlangen, um das Kabel vom Schacht hier rüber zu ziehen, oder ihr lasst das Kabel an der Seite rauskommen und könnt es unter der Verkleidung bis dahinter ziehen, um es dann euch versteckt hier hinter dem Sitz zugänglich zu machen. Das ist up to you. Ihr könnt auch eins da rein, eins da rein machen. Ist mir eigentlich egal, wo ihr eure Kabel hinlegt. Aber wir machen jetzt mal beide hier unten rein. Ich zeige euch aber auch, wie einfach das ist, das Ganze ins Handschuhfach zu ziehen. Dazu mache ich jetzt hier mal ein bisschen Mikrofasertuch drauf. So, dann passiert hier nichts mehr. So, und jetzt können wir nämlich jetzt das Handschuhfach ein bisschen zu machen. Ach, komm mal so durch. Und ich kann von der Seite her mir die Kabel bis darüber legen und hier reinziehen. So, so einfach ist das Kabel ins Handschuhfach zu tun und wir tun sie aber nach unten. Und dazu können wir das Ganze hier so weglupfen, können auch einmal fast unten ganz durchlangen und uns das Kabel nach unten durchgeben. und können die bis hier hinten reinziehen, wo sie nicht mehr im sichtbaren Bereich sind. Und wir brauchen uns jetzt nur noch um das Autoradio kümmern, damit das jetzt formgetreu und schön hier wieder drin ist. Wir machen jetzt nur noch die Metallbügel hier am Autoradio mit den beiliegenden Schrauben fest, können die durch die Längslöcher noch entsprechend von der Tiefe her anpassen und können das Ganze dann wie das Originalradio wieder hier an den vier Schrauben fixieren und die Blende zum Schluss oben drauf schrauben. Ich habe jetzt die Bleche so weit an den Body geschraubt, dass das Blech hier vorne mit dem Blech hier drin so ziemlich bündig ist und das können wir jetzt alles hier schon mal rein machen. So, das ist die Endposition und jetzt legen wir halt unseren Rahmen, der jetzt mit allem verschraubt wird, drauf und sehen, aha, es ist jetzt alles bündig und so können wir es dann auch rein machen und das kann ich natürlich dementsprechend pro Monitor anpassen. Und jetzt kommt abschließend der Rahmen wieder oben drauf, der ist ja nur geklippt gewesen. So, das war's. Und hier haben wir jetzt die schöne Menüüberfläche mit einem HD-Display, das schaut auch richtig hochwertig aus. Wir haben hier Radio, also UKW und FM, zeige ich euch gleich. Wir haben unsere USBs, zwei Stück, einer davon auch zusätzlich für Android Auto oder Apple CarPlay. Ihr seht, jetzt kam auch gerade die Verbindung, weil das iPhone, das hier in der Nähe ist, gleich mit verbunden worden ist. Wir haben einen HDMI-Eingang, wir haben einen HDMI-Ausgang, wir haben natürlich AUX-In, wir haben Bluetooth Audio und Audio Streaming, also auf Telefonie und jetzt können wir natürlich mal in Radio reingucken und schauen, da oben kann ich zwischen DAB und FM hin und her schalten und habe natürlich auch jede Menge Sender, die ich mir jetzt abrufen kann, wo ich echt eine Riesenauswahl habe und alles störungsfrei, also für jeden der DAB Plus mag, ist das mega und wenn wir jetzt auf FM umschalten, dann haben wir unsere ganz normalen Sender, die wir halt sonst immer gehabt haben, die wir eben her suchen können oder es auch lassen können, auf jeden Fall, haben wir jetzt hier Apple CarPlay, wo wir drauf stochern können und hier unser Hauptmenü, das kennt wahrscheinlich schon mittlerweile fast jeder von irgendwelchen Bildern her und da kann ich jetzt natürlich die Apps, die ich hier auf meinem Handy drauf habe, die über Apple CarPlay funktionieren, direkt abrufen, unter anderem natürlich Spotify, kann darüber meine ganze Musik laufen lassen oder eben auch Apple, na gehen wir hier, Google Maps oder Google Karten oder Waze, falls ihr das drauf habt, also hier haben wir jede Menge Möglichkeiten, das Handy optimal aufs Fahrzeug zu integrieren. Auch die Klang-Einstellungen sind unglaublich umfangreich, wir haben nämlich jetzt hier einen Dynamik-Expander, wir können natürlich hier unsere Lautsprecher einpegeln, wie wir sie brauchen, wir können die Equalizer-Einstellungen machen, sogar so weit, dass wir für vorne links andere Einstellungen machen können, wie vorne rechts, also für echte Profis unter euch auch perfekt geeignet oder ein einfacher EQ, wo die ganzen Einstellungen schon vorgefertigt drauf sind, wo man nur mal ausprobiert, was gefällt mir gerade am besten am Sound und wir haben eine Laufzeitkorrektur sogar mit dabei, wo man jedem einzelnen Lautsprecher sagen kann, wie weit er von einem entfernt ist, um das beste Klangergebnis rauszuholen, das ist halt Alpine und die sind einfach superklasse gelungen und schaut echt Bombe aus. So schwer war es ja jetzt eigentlich auch wieder nicht, ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass man so ein altes Autoradio von VW, das ja mit der Zeit in die Jahre kommt, schon mal ablösen sollte mit den neuesten Medien, weil sonst bleibt alles irgendwie auf der Strecke, was man so auf dem Handy für tagtäglich und für normal hält und im Auto ist auf einmal alles weg. Also, die Zubehörsachen, das ist ja alles nicht so das Problem, wenn ihr euch an uns wendet und diese Artikel so verwendet, wie wir es jetzt in diesem Video eingebaut haben, wenn ihr ein anderes Auto habt, dann ruft uns halt an, wenn ihr wissen wollt, welche Zubehörartikel ihr bei einem anderen Auto braucht, um so ein Autoradio auszuwechseln, dann seid ihr doch gut gewickelt. Ihr findet uns auf der Telefonnummer 08 331 99 0300 oder ihr schickt uns eine Mail an info at ars24.com. So, alle anderen Links weiter unten im Videobeschreibungstext. Bis zum nächsten Mal, euer Olli.